Es tümmelt sich eine neue Frässcheibe für den Winkelschleifer auf dem Markt, die Neoplane von Bayerwald. Und wie bei Gipfelholz gewohnt, wollen wir uns natürlich diese Scheibe mal genauer anschauen, ob sie einen Taug hat. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was die neue Neoplane von Bayerwald alles so bringt. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und viele von euch da draußen, die kennen Gipfelholz von den ganzen Frässcheiben, Holzbearbeitungswerkzeuge für den Winkelschleifer, Aufsätze oder sonstiges. Da gibt es eine coole Playlist, die werde ich euch hier oben oder unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut es einfach mal drauf, da ist bestimmt für jeden etwas dabei, der mit Winkelschleifer Holz bearbeiten will. Heute geht es aber eher um die neue Neoplane von Bayerwald. Die wollen wir uns mal genauer anschauen, was sie für Vorteile hat und vor allem, wie sie arbeitet. Doch wozu braucht man denn überhaupt so eine Frässcheibe für den Winkelschleifer? Ganz einfach, so eine Frässcheibe ist für manuelle Schnitzen und Fräsen von Holz mit dem Winkelschleifer gedacht. Auch für Hartholz, Weichholz, zum Beispiel der Flächenabtrag, Anfasen, Entrinden, Entsplinten und einfach Formen von Holz. Natürlich wollen wir uns die Neoplane mal genauer anschauen. Apropos Neoplane, den Neocarver habe ich schon mal vorgestellt. Das ist das Modell, das könnt ihr euch auch gerne nochmal als Video anschauen. Werde ich euch auch noch verlegen. Aber es geht ja um die Neoplane. Jetzt wollen wir mal schauen, was geliefert wird. Es wird geliefert hier in einem Hartschalenkoffer. Jetzt machen wir das Ganze mal auf, da ist ein Sicherheitsdatenblatt drin. Das bitte einfach mal durchlesen, ist wichtig. Ihr seht jetzt hier die Neoplane verpackt in diesem Hartschalenkoffer. Ihr habt hier noch eine kleine Ausstanzung drin. Da kommen dann die Ersatzschneidenreihen, die wir tauschen können. Aber da kommen wir gleich nochmal zum Sprechen dazu. Ihr seht jetzt einen Drehmomentschlüssel. Aber Achtung, wer schon mal den Neocaver hat, diesen anderen Schlüssel, ich sage jetzt mal Drehmomentschlüssel, den hier. Den bitte nicht benutzen, denn wir haben hier einen höheren Drehmoment. Also benutzt bitte bei dem Neocaver auch den Drehmomentschlüssel für den Neocaver. Wir haben noch Aufsteckschlüssel, um die Schneiden zu öffnen. Und gut. Jetzt schauen wir uns mal die Scheibe genauer an. Also konzipiert ist sie für 13.300 Umdrehungen pro Minute maximal. Und ist für Winkelschleifer von 115 bis 125 ausgelegt. Komplette Scheibe wird auch in Deutschland gefertigt. Jetzt nehmen wir sie mal raus. Und ich muss es dann gleich mal sagen, es ist eine sehr, sehr hochwertige Scheibe. Gleich, weil man sie in der Hand hat. Ist aus Aluminium gefertigt. Wir haben wechselbare Schneiden, Titanium, Nitrit beschichtet. Und es ist wirklich super hochwertig, wenn man sie schon mal in der Hand hat. Jetzt seht ihr hier auch einige Löcher in dieser Scheibe drin. Die haben schon eine Daseinsberechtigung. Denn das sind nämlich, wie nenne ich es immer, Durchsichtlöcher. Also man kann auf jeden Fall, wenn wir da unter Rotation kommen, können wir dann unten die Fläche, was wir bearbeiten, einfach sehen. Das werden wir aber nachher einfach mal im Video nochmal anschauen. Oder im Test einfach anschauen, ob das mit diesen Löchern auch so richtig gut funktioniert. Wir haben jetzt hier an der Seite haben wir auch noch Löcher drin. Da können wir dann den Drehmomentschlüssel mit diesem mitgelieferten Werkzeug, können wir hier einstecken und das Ganze dann im Endeffekt öffnen und die Schneiden rausnehmen. Natürlich schauen wir uns jetzt auch mal diese Schneiden, diese Titan-Nitrit beschichteten Schneiden auch mal an. Das werde ich jetzt mal einfach öffnen. Als kleiner Tipp bitte vor jeder Nutzung dieser Scheibe, kontrolliert einfach mit diesem Drehmomentschlüssel, ob auch die Schrauben und die Schneiden richtig befestigt sind. Also bei jeder Nutzung einfach mal testen. Jetzt holen wir mal die Schneide hier raus. Das haben wir so einen kleinen Abstandshalter, wie auch immer das man nennt. Der hat so einen kleinen Nippel hier oben drauf, dass die Schneide genau wieder hier drauf passt. Und wir haben hier unten einen Nippel oder eine Aussparung für einen Nippel. Denn wir haben in dieser Scheibe einen kleinen Nippel drin. Wir können diese Schneiden auch nicht falsch wieder einbauen. Das heißt, wenn ihr diese Schneiden ausbaut und wechseln solltet oder zum Schärfen nehmen solltet, dann könnt ihr diese Schneiden auch gar nicht mehr falsch einbauen. Weil es passt nur so rein. Das heißt, wir haben ja hier diesen Nippel drin, diese Aussparung. Dann haben wir hier eine Bohrung und dann hier diesen Nippel. Und das Ganze brauchen wir nur zusammenstecken und das Ganze wieder rein und können das Ganze dann festschrauben. Und wie gesagt, vor jeder Nutzung einfach nochmal mit dem Drehmomentschlüssel festziehen. Der Vorteil an dieser Scheibe ist definitiv, wir können sehr, sehr lang mit dieser Scheibe arbeiten. Und wir können natürlich auch die Schneiden austauschen. Das heißt, man muss die Scheibe nicht gleich wegschmeißen, wenn die Schneiden kaputt sind oder stumpf sind. Sondern wir können erst, wenn sie stumpf sind, können wir natürlich diese Schneide erstmal ausbauen. Ihr müsst darauf achten, was ihr schleift. Wir können auch ganz leicht nachschleifen, wenn wir da einen kleinen Grat drauf haben oder so. Sollten Beschädigungen drin sein in dieser Schneide, natürlich bitte tauschen. Wir können sie auch einzeln tauschen, ist der Vorteil. Aber wenn wir da so einen leichten Grat haben, dann können wir das abziehen. Das heißt, wir legen diese Schneide einfach auf ein Schleifpad und können das Ganze jetzt, ich sage jetzt mal, ein bisschen entgraten hier oben und das Ganze ein bisschen nachschärfen. Mehr müsst ihr nicht machen und ihr könnt dann die Schneiden danach wieder einbauen. Und wie gesagt, sollte sie kaputt sein, die Schneide bitte tauschen. Das Nachschleifen können wir natürlich nur auch bedingt oft machen. Noch ein kleiner Tipp für diejenigen, es entsteht ja immer beim Fräsen oder so, haben wir ja auch mal Harze dran oder so. Baut die Schneiden einfach aus und reinigt sie. Das bringt auch schon mal sehr viel, wenn der Harz dran klebt oder sonst irgendwas. Reinigt diese Scheibe allgemein und natürlich auch diese Schneiden. Da gibt es Harzentferner, da könnt ihr einfach diese Schneiden einfach nochmal richtig schön sauber machen und wieder einbauen. Kommen wir mal zum Winkelschleifer. Was benutze ich? Ich habe hier einen 1700 Watt Winkelschleifer mit Drehzahlverstellung und das kann ich euch auch nur empfehlen, dass ihr ein bisschen größeren Winkelschleifer habt. Denn mit so einem 700 Watt, 600 Watt Winkelschleifer, da kommt es ja wahrscheinlich nicht sehr weit. Gut, wichtig ist, dass ihr euren Schutz immer anbaut und es natürlich so anbaut, wie ihr fräst. Das ist ganz klar, dass ihr da ein bisschen Schutz habt. Und der zweite Punkt ist, dass ihr das Ganze immer mit zwei Armen führt. Das heißt, wirklich mit Griff arbeiten und nicht jetzt hier mal mit einer Hand rumschrubben. Das kann gefährlich sein. Deshalb einfach nur hier mit beiden Händen arbeiten und dann ist es überhaupt kein Problem, die Scheibe dann sicher zu führen. Beim Anschrauben ist es auch kein Problem, ihr könnt diese Scheibe nicht falsch anbauen. Es geht also so rum, geht es gar nicht drum drauf schrauben. Ihr könnt die Scheibe nur so drauflegen und das Ganze dann mit eurem Flansch von eurem Winkelschleifer festmachen. Bitte benutzt nicht diese Schnellspann-Flansches hier. Es kann passieren, Leute. Es kann. Es ist so, es gibt ja ein paar Winkelschleifer, die einen Stopp drin haben. Das heißt, die schalten aus und stoppen sofort. Und da kann es passieren, dass diese Schnellspannmutter, dass die Flansch, dass der sich aufdreht. Und das kann natürlich gefährlich sein. Deshalb empfehle ich euch immer, den Original-Flansch zu nehmen von eurem Winkelschleifer und das Ganze dann festzudrehen. Natürlich arretieren und dann mit eurem Schlüssel einfach sicher festziehen, damit die Scheibe sich ja nicht irgendwie lösen könnte. Wenn wir schon beim Thema Sicherheit sind, nochmal kurz erwähnt, immer mit beiden Armen oder Händen führen den Winkelschleifer. Da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Nicht, dass das Ding ja irgendwie mal abhaut oder was auch immer. Wichtig sind auch die Arbeitsklamotten. Schaut, dass sie nicht eng anliegend sind. Das heißt, nicht solche Oversized-Klamotten anziehen, wo dann irgendwelche Sachen hier in den Winkelschleifer oder in die Scheibe reingeraten könnten. Ebenso mit langen Haaren zusammenbinden nach hinten und gut ist. Das Wichtige ist auch noch eine Atemschutzmaske zu benutzen. Gehörschutz natürlich auch. Und das ganze Holzstaub ist ja gesundheitsschädlich. Deshalb auf jeden Fall anziehen. Und jetzt bitte lacht nicht, denn ich benutze hier meine Power Cap. Das ist eine Maske, eine Vollgesichtsmaske, die dann elektronisch mit einem elektronischen Lüfter hier das Ganze belüftet. Und ich habe da nicht so einen verschwitzigen Mund hier und Luft holen und was auch immer. Das ist dann nach einer längeren Zeit ein bisschen anstrengend mit so einer Maske. Deshalb mag ich die am liebsten. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Holz geholt. Einmal Weichholz, einmal Hartholz. Und wir wollen das Ganze natürlich jetzt mal probieren. Wir wollen die Neoplane einfach mal ein bisschen beanspruchen und wollen mal schauen, was sie so leistet. Aber ich kann euch einen Tipp geben. Ich werde das Ganze bei mir in der Werkstatt machen. Nein, macht es wirklich draußen. Es wird nämlich eine Riesensauerei hier werden. Aber draußen scheint die Sonne ohne Ende. Und ich möchte, dass die Aufnahmen einfach besser werden. Und ich habe keinen Schattenplatz hier, wo ich dann das Ganze filmen kann. Deshalb werden die Aufnahmen für euch hoffentlich besser in der Werkstatt. Aber ich habe natürlich jetzt nachher echt eine Sauerei hier, das Ganze wieder aufzuräumen. Ich richte mal her. Wir sehen uns gleich. Jetzt habe ich noch was vergessen zum Sagen, Leute. Und zwar, wir können nicht an der Seite arbeiten oder fräsen mit dieser Scheibe. Sondern wir müssen immer in dieser Bewegung hier bleiben. Und seitlich fräst er nicht. Hat aber auch einen Vorteil, denn wir können mit Schablonen arbeiten. Das heißt, wir können was aussägen, eine bestimmte Form. Und können das Ganze an der Schablone nachfahren. Denn sie fräst ja nicht an der Seite. Des Weiteren, natürlich habe ich diese Maske auch schon mal vorgestellt. Also wie gesagt, ist es mein absoluter Liebling, wenn ich jetzt länger arbeite damit. Und das Video kann ich euch natürlich auch nochmal hier oben verlinken. Aber so, jetzt geht es ans Fräsen. Und ihr werdet mal sehen. Ich werde es euch gleich zeigen, dass wir so nicht arbeiten können. Holz ist gespannt. Und auf dem Krok-Lok kann ich euch auch nur empfehlen, kann ich euch unten nochmal verlinken, dass das Holz auch richtig sicher sitzt. Wir werden dieses Holzstück, was ich hier drin habe, ist Weichholz. Werden wir das Ganze jetzt erstmal hier schön planfräsen. Und erstmal richtig, ja einfach mal bearbeiten. Schauen wir mal, was die Scheibe so bringt. Dann setzen wir mal unsere Maske auf und werden dann mal losfräsen. Dann setzen wir mal unsere Maske auf und werden dann mal losfräsen. Dann setzen wir mal unsere Maske auf und werden dann mal losfräsen. Dann setzen wir mal unsere Maske auf und werden dann mal losfräsen. Dann setzen wir mal unsere Maske auf und werden dann mal losfräsen. Was für eine Sauerei habe ich wieder veranstaltet hier, Wahnsinn. Aber jetzt will ich euch mal die Späne hier zeigen, was wir hier haben. Also wir haben hier echt tolle Späne, muss ich sagen. Wenig Staub und richtig schöne, tolle, große Späne. Also, mega. Boah, darf ich da wieder aufräumen? So, meine Lieben. Ihr habt es ja gerade gesehen. Es hat richtig gut funktioniert und es macht so richtig Spaß mit der Scheibe zu arbeiten. Aber macht es das draußen, ganz einfach. Ich habe jetzt nochmal Hartholz eingespannt. Das hat auch richtig schön Spaß gemacht zum Arbeiten. Ihr habt es die Späne gerade gesehen. Das sind richtige schöne Späne, die da rauskommen. Und nicht nur Staub. Natürlich umso trockener das Holz, umso ein bisschen mehr Staub kommt natürlich raus. Das ist ganz klar. Aber ich möchte euch jetzt einfach mal das Ergebnis zeigen. Also ihr seht, die Oberfläche, die ist richtig schön super glatt. Also geschmeidig. Da reißt gar nichts an diesen Schneiden. Also richtig schön glatt. Also man muss da einfach sanft damit arbeiten. Das ist überhaupt kein Stress. Mir kann es auch nicht passieren, dass ich richtig zu tief ins Holz reinschneide. Das ist ja auch noch gefährlich, dass es nicht irgendwie verhakt und reißt und sonst irgendwas. Hier kann das einfach nicht passieren. Ich habe hier einen tiefen Begrenzer dran und ich kann da einfach nicht zu sehr ins Holz reinfahren. Und das ist ja schon mal eins von der Sicherheit richtig gut. Da kann also gar nichts passieren. Ihr müsst einfach nur schön sanft einfach fahren mit der Scheibe oder drüber gehen. Ihr habt es jetzt auf der Seite, habt ihr ja gesehen, ich habe das als Schablone benutzt und konnte hier schön tief fräsen, tiefer fräsen. Und da könnt ihr euch einfach ein Brett hinmachen auf ein flaches Teil und könnt es als Schablone benutzen und könnt an diesem Brett dann entlang fahren. Also ich habe das jetzt einfach mal als Brett benutzt. Das Entrinden hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Gut beim Entrinden. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute, da staubt es natürlich wie die Sau. Das ist ganz klar. Aber sonst, wir haben hier echt eine Top-Oberfläche, muss ich sagen. Die ist richtig schön glatt. Und das gefällt mir auch sehr gut. Also wenn man das jetzt mal ein bisschen näher betrachtet, echt Top-Oberfläche. Die Eiche ist auch überhaupt kein Problem. Ihr habt es gesehen. Das ist wirklich hier trockene Eiche. Und das ist auch eine super Oberfläche. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Super glatt im Endeffekt. Ja klar, nachschleifen tut man immer im Endeffekt. Aber wenn man da mal drüber fasst, ist es echt sehr schön. Ich bin auch relativ gut in die Tiefe hier reingekommen, in die Eiche. Also da haben wir mit den Schneiden, mit der Scheibe überhaupt kein Problem, auch Hartholz zu bearbeiten. Jetzt noch ein Tipp zur Bearbeitung. Ihr müsst jetzt nicht meinen, dass ihr mit dieser Scheibe, die Schneiden sind echt perfekt. Die Schneiden sind richtig scharf. Und es macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Ihr müsst nicht meinen, dass ihr da reinballern müsst ins Holz. Ihr braucht hier nicht wirklich viel Druck. Die Scheibe arbeitet. Das macht richtig Spaß damit. Also ich kann es euch nur empfehlen, ganz schön sachte drüber streichen. Natürlich, wenn ihr ein bisschen mehr Abtrag wollt, dann könnt ihr leicht aufdrücken. Aber ihr braucht es hier nicht mit voller Gewalt hier reinballern. Ich meine, das kann auch nichts passieren. Wir haben ja hier einen tiefen Begrenzer da. Das ist ja begrenzt von der Tiefe her. Das ist ja überhaupt kein Stress. Aber ihr könnt da wirklich schön sanft einfach arbeiten. Ihr habt es auch gesehen. Ich habe da jetzt mal vorhin einen Strich drauf gezeichnet auf dieses Holzstück. Das war eigentlich dafür gedacht, dass ihr einfach sehen könnt, durch diese Sichtlöcher kann ich einfach schön ansetzen, weiß genau, wo der Strich ist oder was ich bearbeiten will und kann an der Stelle genau durchschauen durch die Scheibe und ich sehe, was ich bearbeite. Also das gefällt mir natürlich bei dieser Scheibe auch sehr gut. Jetzt wollt ihr natürlich noch ein Fazit von mir wissen. Das bekommt ihr natürlich. Also mir gefällt die Scheibe persönlich sehr, sehr gut. Es macht Spaß damit zu arbeiten. Und es ist für mich auch ausgesehen sehr, sehr sicher damit zu arbeiten. Also wenn man da ist nicht, wenn man mit beiden Armen arbeitet, ist es überhaupt kein Problem. Man kann das Holz richtig schön bearbeiten. Ich finde auch die Preis-Leistung im Endeffekt sehr gut, weil ihr müsst bedenken, ihr habt die Scheibe, wenn ihr die gut behandelt und keine Schäden drin sind in der Scheibe, dann habt ihr die viele, viele, viele Jahre und ihr könnt ja dann immer wieder die Schneiden vielleicht ein, zweimal nachschärfen. Aber wenn jetzt dann mehr Schäden in diesen Schneiden drin sind, dann tauscht sie einfach aus und ihr müsst nicht gleich eine neue Scheibe kaufen. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass man diese Schneiden hier schön austauschen kann. Ballert doch mal unten alles in die Kommentare rein, wie ihr diese Scheibe findet und was für Scheiben ihr schon daheim habt und womit ihr vielleicht schon arbeitet. Mir persönlich gefällt sie gut und ich konnte, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen jetzt einfach mal zeigen, wie man damit arbeitet und vor allem, wie gut diese Scheibe arbeiten kann. Ich darf jetzt hier noch eine Weile aufräumen, hier meinen ganzen Dreck hier machen. Jedes Mal sage ich es, ich gehe raus, aber dann passt das Wetter dann doch nicht. Egal, ich habe jetzt erstmal eine halbe Stunde zu tun. Egal. Leute, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst die kleine Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, schaut es noch definitiv die anderen Filme an, denn da gibt es noch so einige Aufsätze und Scheiben für den Winkelschleifer und schaut es da einfach mal vorbei. Da wird bestimmt jeder irgendwie finden. Also, bis zum nächsten Mal. Servus aus dem Allgäu. So eine Sauerei. So eine Sauerei. So eine Sauerei. So eine Sauerei.